Steuerschlupflöcher und Gesetzeslücken, um den automatischen Informationsaustausch der OECD legal zu vermeiden. Dieses Video zeigt die Schlupflöcher, mit denen Sie den automatischen Informationsaustausch und den Common Reporting Standard vermeiden können. Sie lernen, wie Sie Ihr Geld strategisch günstig positionieren. Sie werden sehen, wie Sie die Meldungen zum automatischen Informationsaustausch der OECD umschiffen können und somit zum Land Ihres Wohnsitzes legal vermeiden. Guten Tag, hier ist Enzo Caputo von SwissBankingLoyers.com. Der Common Reporting Standard basiert auf bilateralen Abkommen und nicht auf multilateralen Abkommen. Das bedeutet, dass es dauern wird, bis diese bilateralen Abkommen unterzeichnet und ratifiziert sind. Die Schweiz verfügt über die besten IT-Systeme der Welt und mehrsprachige Bankmitarbeiter mit exzellenter Ausbildung. Ist dies der Fall bei all den anderen Unterzeichnerstaaten? Ich glaube nicht. Es wird viel länger als 2017 oder 2018 dauern, bis dieses Meldesystem mit entsprechenden IT-Systemen funktionieren wird. Ein Land kann die datenschutzrechtlichen Bestimmungen seines bilateralen Partners anfechten und beschliessen, beispielsweise Bankkontoinformationen nicht zu übergeben. Dem Abkommen zufolge unterliegt der Start des automatischen Informationsaustausches der strikten Einhaltung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nachträgliche Meldungen sind nicht möglich. Die finanzielle Privatsphäre bleibt intakt, bis solche datenschutzrechtlichen Bestimmungen richtig funktionieren. Das kann sich aber über Jahre und Jahre hinziehen. Viele Entwicklungsländer bieten Wohnsitzbescheinigungen für Investoren. Es ist sehr einfach, an solche Bescheinigungen zu kommen und sie der Bank vorzulegen und so die Vorteile eines fälschlich angegebenen Wohnsitzes zu missbrauchen. Eines fälschlich angegebenen Wohnsitzes. Die Banken haben nicht die Instrumente, um zu überprüfen, ob solche Bescheinigungen echt oder gefälscht sind. Es gibt mehrere Arten von Treuhandgesellschaften, die nach den Common Reporting Standards nicht meldepflichtig sind. Eine Treuhandgesellschaft, die über Immobilien verfügt, ist beispielsweise ausgenommen. Wenn Sie eine Treuhandgesellschaft und eine natürliche Person haben, die als Treuhänder fungiert, gibt es keine Meldung. Wenn Sie die Treuhandgesellschaft sorgfältig gründen, besteht keine Meldepflicht. Es gibt zahlreiche Schlupflöcher im Handbuch über den Common Reporting Standards. Alles im Internet, alles transparent. Es gibt viele Offshore-Jurisdiktionen oder Rechtsordnungen, die kein öffentliches Firmenregister und kein Handelsregister haben und führen. Niemand kann die Personen dahinter überprüfen. Wer steckt dahinter? Steuerhinterzieher werden in der Regel von den Steuerbehörden aufgrund einer Ermittlung, einer speziellen Ermittlung und nicht aufgrund von spontanem Informationsaustausch ertappt. Ein weiteres Schlupfloch wären Kreditkartenunternehmen, die Zahlungen von unter 50'000 $ anbieten. Diese sind ebenfalls nicht meldepflichtig, wenn sie unter 50'000 $ sind. Bankkonten operativer Unternehmen unterliegen nicht dem automatischen Informationsaustausch, wenn der Kontostand unter 250'000 $ liegt. Wenn jemand den automatischen Informationsaustausch umgehen will, eröffnet er mehrere Konten mit weniger als 250'000 $. Immobilieninvestitionen zum Beispiel sind auch nicht meldepflichtig. Ein Firmenkonto unterliegt der Meldepflicht, wenn die Aktionäre über 25% der Aktien oder mehr kontrollieren. Das bedeutet im Umkehrschluss e contrario, dass ein Firmenkonto mit vier Aktionären mit gleichen Anteilen zu jeweils 25% nicht gemeldet wird. Treuhandkonten werden auch nicht gemeldet. Wenn Sie ein Bankkonto in den USA eröffnen, gibt es keine Meldungen, auch hier wieder keine Meldepflicht. Tatsächlich gibt es viele Schweizer Vermögensverwalter, die Vermögenswerte in die USA angesiedelt haben. Alle Staaten üben einen wachsenden Druck auf erfolgreiche Geschäftsleute aus, um ihnen die letzten Schlupflöcher zu verwehren. Der automatische Informationsaustausch wird nur funktionieren, wenn jedes Land mitwirkt und die Richtlinien umsetzt. Wir haben aber 209 verschiedene Länder mit verschiedenen Kulturen und Infrastrukturen auf diesem Planeten. Es wird ein hochkomplexes Unterfangen, all diese Länder zum selben Standard zu verpflichten. Wir sind aktuell weit davon entfernt, den automatischen Informationsaustausch nach seinen Richtlinien zeitnah umzusetzen. Weit davon entfernt. Wenn Sie Ihre internationalen Firmenstrukturen auf Herz und Nieren Zukunft orientiert prüfen möchten, dann greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen 0041 44 22 4404. Lassen Sie uns Ihren persönlichen und spezifischen Fall anschauen und besprechen. Ich garantiere Ihnen aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, dass wir zusammen eine massgeschneiderte Lösung für Sie finden werden. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.